Und jetzt wissen wir gleich, mit welchen Auswirkungen die Wirtschaft zu rechnen hat. Ich begrüße in unserem Interviewstudio Martin Kocher, der Chef des Instituts für Hörerstudien. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Kocher, wir haben jetzt monatelang gehört, einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten. Können wir uns denn einen teilweisen Lockdown leisten? Ja, natürlich wird das schwierig für die Wirtschaft. Es trübt sich die Stimmung ein, es trüben sich die Wachstumsaussichten dieses Jahr ein, aber vor allem auch nächstes Jahr, weil wir den Schwung, den wir eigentlich erwartet hatten im vierten Quartal, jetzt wahrscheinlich nicht so mitnehmen ins nächste Jahr. Aber wir wissen auch, dass die Wirtschaft leidet, wenn die Infektionszahlen steigen. Es gibt also eine Lose-Lose-Situation. Wir müssen, glaube ich, etwas tun. Die Infektionszahlen sind stark gestiegen. Und das ist der Versuch, hier etwas zu tun, um die Infektionszahlen einzudämmen, weil auch unter hohen Infektionszahlen, das wissen wir aus der Vergangenheit, aus anderen Ländern leidet die Wirtschaft stark. Wir wissen natürlich, die Wirtschaft hat er heuer sowieso schon stark gelitten. Sie selbst haben damit gerechnet, dass sie heuer um etwa sieben Prozent schrumpfen wird. Das wird wohl nicht zu halten sein. Womit rechnen Sie denn jetzt? Das hängt davon ab, wie genau die Maßnahmen ausgestaltet sind. Wir kehren ja nur den Entwurf und nicht mehr. Wir werden sehen, was genau kommt. Aber wie gesagt, dieses Jahr wird sich das etwas auswirken, ein paar Zehntelprozentpunkte, vielleicht ein Prozent ein größeres schrumpfen. Der entscheidende Effekt ist auf nächstes Jahr, weil eben in diesem letzten Quartal da viel mitgenommen wird. Und das trübt nicht klarerweise die Wachstumsaussichten ein. Und zusätzlich die Unsicherheit im Wintertourismus führt dazu, dass wir keine sehr guten Aussichten im Moment haben und hoffen müssen, dass sich die Lage bald wieder verbessert. Das kann auch so sein, aber im Moment sind die Nachrichten nicht besonders gut. Es gibt nun Branchen, die zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wirklich ganz, ganz hart getroffen werden. Das ist der Tourismus von Ihnen schon angesprochen. Jetzt ist es eben der Wintertourismus. Es ist die Gastronomie, die Kulturbranche, die Veranstaltungsbranche. Was bedeuten diese neuen Maßnahmen, dieser quasi Lockdown für die Arbeitsplätze in diesen Branchen? Richtig. Es sind Branchen, die schon gefährdet waren aus dem ersten Lockdown, aus einer geringeren Auslastung während den letzten Monaten, weil eben es gewisse Beschränkungen gab und die jetzt nochmal getroffen werden, eben wo Leute zusammenkommen. Für diese Branchen ist das wirklich schwierig. Ganz wichtig wird sein jetzt, dass die Maßnahmen, die es gibt, Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, möglichst rasch, unbürokratisch und großzügig ausgegeben werden für diese betroffenen Branchen, um eben in diesen nächsten Wochen, wo es diese Einbußen geben wird, die Betriebe über Wasser zu halten. Aber entscheidend wird auch sein, Maßnahmen zu entwickeln, die uns erlauben, im Winter vielleicht doch wieder etwas mehr an Austausch, an sozialen Kontakten, physischen Kontakten zuzulassen. Also eine Teststrategie, die wirklich funktioniert. Wir stehen derzeit bei etwas mehr als 400.000 Arbeitslosen. Wagen Sie eine Prognose, wie weit das heuer noch hinauf geht? Auch das hängt tatsächlich wieder von den konkreten Maßnahmen ab, auch wie lange sie dauern. Aber es gab ja schon Prognosen, dass wir in Richtung 500.000 gehen. Wenn das saisonal bedingt ist, und das ist es hoffentlich großteils, dann ist das zwar schlimm für die Betroffenen, ist ein großes Problem, aber die ganz große Problematik wäre, wenn sich das verfestigt. Das heißt, wir müssen schauen, möglichst zu Beginn des nächsten Jahres, das wieder zu reduzieren. Wenn das nicht geht, muss es stärkere Maßnahmen geben, um eben Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Das sind die ganz großen Kosten für die Gesellschaft und auch für die Betroffenen. Die Regierung hat dem Frühjahr umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Unternehmen versprochen. Auch jetzt arbeitet das Finanzministerium an einem neuen Hilfspaket. Wie müsste denn das aussehen, damit es wirkt? Ich glaube, wir haben fast alle Maßnahmen, alle Instrumente, die man braucht, mit dem Fixkostenzuschuss, mit der Kurzarbeiterregelung. Da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle Anpassungen vornehmen für die speziell betroffenen Branchen. Aber es geht gar nicht darum, viel mehr zu erfinden. Vielleicht leichte Anpassungen, aber das, was passiert, möglichst rasch und unbürokratisch auf den Weg zu bringen, damit eben die Betriebe möglichst rasch Welt bekommen und dass es keinen großen Anstieg der Arbeitslosigkeit gibt. Viel Neues, glaube ich, brauchen wir nicht. Wir haben auch noch einen gewissen Rahmen bei der Finanzierung im Budget. Das heißt, es braucht auch nicht viel mehr an zusätzlichen Mitteln im Moment, wenn dieser Lockdown nicht stärker wird, wie erwartet und wenn er nicht länger dauert als erwartet im Moment. Sie sagen, man braucht eventuell kein zusätzliches Geld, aber man wird sehr viel Geld brauchen. Und immer und immer wieder stellt sich natürlich die Frage, woher soll dieses Geld kommen, das wir da brauchen? Ja, das belastet natürlich den Staatshaushalt. Das belastet die Schuldenposition Österreichs. Wir sind da in einer vergleichsweise immer noch ganz guten Lage in Europa, aber es wird nicht mit jedem Monat, mit jeder zusätzlichen Maßnahme schwieriger. Aber es gibt aus meiner Sicht keine wirklich gute Alternative. Jetzt Betriebe in den Konkurs zu schicken, jetzt eine hohe Arbeitslosigkeit zu riskieren, wäre gefährlicher aus meiner Sicht als etwas höhere Schulden. Es wird immer schwieriger werden, auch politisch, dann wieder auf ein Normalmaß zurückzufahren. Da werden wir uns darauf vorbereiten müssen, dass das auch Konflikte, Verteilungskonflikte provozieren wird. Eine Erfahrung, die wir nach dem zweiten Lockdown gemacht, nach dem ersten Lockdown gemacht haben, ist, dass es dann doch auch in der Wirtschaft relativ gut wieder bergauf gegangen ist und relativ schnell, wir haben das jetzt erst im dritten Quartal erlebt können und dürfen wir hoffen, dass das auch nach dem zweiten Lockdown so sein wird? Es gibt natürlich auch positive Aspekte. Erstens, der zweite Lockdown wird aller voraussichtlich nach nicht so umfangreich sein wie der erste Lockdown. Zweitens haben wir uns besser darauf eingestellt. Nicht alle Branchen, aber einige können sich besser darauf einstellen. Drittens ist zwar der Konsum im Moment schlecht, aber es gibt ein starkes Ansteigen der Sparquote. Das heißt, wenn die Lage wieder sicherer wird, werden die Leute wieder mehr Geld ausgeben und das stärkt automatisch nicht die wirtschaftliche Entwicklung. Also es gibt auch positive Aspekte, sobald wir die gesundheitliche Situation in den Begriff bekommen haben. Ganz wichtig wird auch sein, der Lockdown allein wird es nicht lösen. Wenn ich die Virologinnen und Virologen richtig verstehe, brauchen wir auch die Bereitschaft, im privaten Bereich mitzumachen und das wird entscheidend sein. Herr Professor Kocher, vielen Dank für den Besuch bei uns. Vielen Dank.